Die Offenbarung. Drei Tage später irgendwo in den frostigen Gipfeln des Alterac-Gebirges. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben. Der feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die zahllose Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt niederzubrennen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Und die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche von Lordaeron. Die Zitadellen in Nordend. Das Massaker an den Elfen. Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? So ist es. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere gesamte Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt. Wir haben viel Arbeit vor uns. Kapitel 6 Schwärzer als der Fels Am nächsten Morgen unweit des Dorfes des Schwarzfelsclans Ah, Schwarzfels. Das sind Orks. Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweihen, Lich? Nun gut. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um all jene auszulöschen, die sich der Ankunft der Region widersetzen könnten. Wie etwa die Streitmacht Lordaeron's? Oder die Hochelfen? Ganz genau. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion einleitet. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Schwarzfels Orks, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord um seine Anweisungen ersuchen. Okay. Ich habe nachgedacht. Seht, der Frostwurm. Diese untoten Drachen sind die Lieblinge des Lichtkönigs. Dieser hier wird uns gute Dienste leisten. Okay, die Karte nach unten hin ist kleiner, deswegen werden wir die nach unten hin untersuchen und erkunden. Womit fangen wir an? Das sieht aber erstmal so aus, als ob hier nichts wäre. Wir haben jetzt hier einen Durchgang. Frostgramm hat Hunger. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Wir müssen nach oben, haben kein Zeitlimit. Das heißt, wir können ruhig... Seht durch meine Forschung abgeschlossen. Alles erkunden. Was ist es diesmal? Endlich. Scheiße. Die Legion hat die Toten geschickt, um uns zu prüfen. Sieg den Schwarzfels-Clan. Wir Orks sind die wahren Diener der brennenden Legion. Diese irrenlosen Untoten sind schwach und unrein. Euer Volker Tersag, Wilder. Auch ihr müsst von dieser Welt getilgt werden. Stimmt. Die Orks sind ja auch eigentlich... Ich werde eure Augen... Auf jeden Fall, die grünen Orks sind ja auch von der brennenden Legion übernommen worden. Und hier oben die beiden Törner wollen wir ausbauen. Er hat einen Folianten fallen lassen. Einen magischen? Ein Foliant über Dämonen. Seine Brüder durften zweifellos noch mehr mit sich führen. Ich bin diesen Dämonen-Anbätern schon einmal begegnet. Welche Rolle spielen Sie hierbei? Das junger Prinz ist äußerst kompliziert. Für unsere Zwecke soll genügen, dass sie nicht mehr in der Gunst der Legion stehen. Ist besiegelt. Okay. Was ist das diesmal? Dann kommen wir jetzt... Ausbau abgeschlossen. Den Weg freimachen. Verbleibende Helden. Okay. Seht durch meine Augen. Dann wissen wir jetzt, wo die Bosse sind. Die wollen wir alle natürlich vernichten. Ausbau abgeschlossen. So, ihr kommt jetzt erstmal zuerst nach dem Weg. Wir brauchen unbedingt eine schnelle zweite Exer, deswegen müssen wir nach da unten gehen. Great. Müssen wir... Ich wünsche nur zu dienen. Wir können das hier direkt bauen. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Wille geschehen. Er teilt mir Befehle. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh. Die sehen wir danach nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist N. Dummkopf. Sobi-Maske. Wir hören mal nach Regeneration des Helden. Jetzt werden wir leiden. Das ist schon besser. Endlich. Super. Na gut. Wir müssen uns beeilen. Je länger wir brauchen... ... ... ... ... ... ... ... zu mehr Angriffe bekommen. Wir haben unsere Goldmine erschöpft langsam. Forschung abgeschlossen. Deswegen müssen wir uns beeilen. Wir haben vier feindliche Gruppen. Ich höre. Ich nehme mich mal an. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dass uns die... ... ... ... ... ... ... ... Jeweils eine Goldmine geben. Wollte ich sagen. Ich war ja auf meinen Satz klar. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Sprecht Dunkel. Ich nehme an. Die nächsten Angriffe kommen von hier. Das sind... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt auch eine Etage höher. Danach gehen wir hier durch umgucken. Forschung abgeschlossen. Ein weiterer Fleischwagen hätte ich auch gerne. Noch mehrere Drachen. Was muss offenbart werden? Okay. Ich schau mal rein. Will ich auf jeden Fall alle bekommen. Äh, wollen wir noch... ... ne, noch vier Stück. Ich werde eure Augen sein. Äh, hier ist das nächste Lager. Das heißt, wir stellen dich hier hin. Weil es ein Angriff kommt, wissen wir Bescheid. Wobei, das ist der bessere Chokepoint. Alles soll offenbar werden. Stellen wir dich hier hin. Hier ist ein bisschen bessere Türme aufeinander. Vorsicht. Das ist schon besser. Wir sollten auf jeden Fall mal hier noch den Ausbauen. Die Abwehr hätte ich gerne. Ach, sind alle so teuer. Reichen zwei Ghoulam-Holz? Reichen erst mal. Niemand erteilt mir Befehl. Ja, die könnten wir angreifen. Ich wette... Zeitkräfte, wissen wir es bis diesmal? Frostgarn hat Hunger. Oh nein, jetzt kommt noch die ganzen... Endlich. Endlose Pfeile erwartet euch. Und das stimmt logisch. Ausbau abgeschlossen. Das ist schon besser. Feier, Feier. Okay, in die Base. Wir ziehen uns kurz zurück. Was ist es diesmal? Keine, tu das. Du musst tanken. Niemand erteilt mir Befehl. Ist etwas nicht in Ordnung? Weißt du was? Jetzt machen wir die einfach. Ah, endlich. Meine Gaben gehören euch. Vorsicht. Für den Lichtschönig. Kommt schon. Clown des Angriffes? Die will ich bei Arthos sagen. Ah, endlich ist etwas nicht in Ordnung. Gut. Endlich. Dann. Diese kleine Truppe ist jetzt nur so eine Vorhut. Die könnten wir aber eigentlich noch darstellen. Oh, die Schweinefarm, die kann man doch gar nicht bauen, oder? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist das, diesmal? Das ist so eine reine Sache. Die gab es in Warcraft 1 und 2. Aber die kann man nicht im dritten Teil bauen. Naja, wir können ruhig ein paar Tote erlauben. Wir sollten auf jeden Fall... Ah, schade. Wir sollten auf jeden Fall, wenn es geht... Wir sollten auf jeden Fall eine Banshee übernehmen. Und einen Orc übernehmen. Orc-Bauarbeiter. Nicht hier unbedingt. Oh nein, nicht mein Drache. Nicht hier. Aber auf jeden Fall... Sollten wir es noch machen. Äh... Ja, das schafft ihr schon. Königreich, der Spinner. Trefft eure Wahl. Ich höre. Foliant der Beweglichkeit. Schreit, Dummkopf. Okay, okay. Kommen wir wieder zurück. Frostgram hat... Den sollte sich auch Arthas krallen, äh... Euer Befehl, Meister. Ja, Meister. Mach mal heile und... Ja. Ich gehorche mit Freunden. Naja, hier könnten wir jemanden opfern. Dann kriegen wir so einen Geist. Niemand erteilt mir Befehle. Perfekt. Dann könnten wir aber trotzdem mal kurz hier oben lang gucken. Ich würde gerne mir die Echse schon mal hier krallen. Kannst du denn gleich da einen neuen hinbauen? Ja, nicht mehr sehr viel Gold. Okay, wir haben unsere Nahkämpfer verloren. Die werden wir mal eben auffüllen. Vorsicht. Ausbau abgeschlossen. Äh... Geh mal hier hin, Holzfällen. Ich will das ja eigentlich aufrechterhalten. Geht mal nach da unten. Die Beschwerung ist abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Okay, hier ist niemand mehr. Ich beuge mich eurem Willen. So, fünf Stück schon mal darunter. Perfekt. Da hätten wir schon mal zu wagen. Gut, dann brauchen wir doch keine mehr. Wenn ihr fast erschöpft ist, dann kannst du... Ja, dennoch eine Basebaum für die Holzfüller. Ja, Meister. Könnten wir auch wahrscheinlich auf dem Friedhof. Wir verlangen weiteres Holz. Okay. Wir verlangen weiteres Holz. 150, okay, ja. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist los? Was ist es diesmal? Vorsicht. Ich werde eure Augen sein. Gut. Einen haben wir auf dem... Schon mal einen der Helden. Wir müssen mal gucken. Ja, wir könnten eine Banshee nehmen und die Orcs übernehmen. Das will ich machen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Was ich mich gerade frage... Ablageplatz für Holz. Ja, bringt uns aber nichts hin. Oh mein Gott. Hexenmeister? Sprecht Dummkopf. Das ist schon besser. Schon abgeschlossen. Was ist es diesmal? Frostgrappert. Auf. Wir haben ihn unten. Ich krieg den aber auch nicht ansiedelt. Das ist schon besser. Ungläubige haben unsere Verteidigung. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das müssen wir aber erst mal erforschen. Ich bin am überlegen. Wir wollen da jetzt aber einen neuen Turm. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Befehl, Meister. Gut, dann fangt doch an, Holz zu fällen. Die Beschwörung ist ein Geschenkmal. Endlich. Ich warte. Niemand erteilt mir Befehle. Äh. Vielleicht sollten wir... Sprecht Dummkopf. Ah, ich weiß nicht. Frostgram hat Hunger. Mein Leben für Nersul. Vorsicht. Bin mir nicht sicher, ob wir da angreifen sollen oder nicht. Wo soll mein Blut vergossen werden? Aber noch ein paar Drachen. Würde ich nicht schlecht fühlen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich gehorche mit Freuden. Wir wollen schon weitere Vorsicht. Warum das? 250 Holz, okay. Wollen wir es riskieren? Mit Arthas und Lich voran? Das ist diesmal nachgedacht. Gewiss. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Endlich. Komm, mach ihn weg. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ihr habt mich gerufen. Oh, zurück. Die Beschwörung wird angegriffen. Trefft eure Wahl. Vorsicht. Warum wurde ich gerufen? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Was ist das denn für ein cooler Charakter? Räuber. Das ist ja mal ein geil aussehendes Model für ein Org-Charakter. Ich weiß nicht ganz genau, was das genau sein soll. Schild, Zauber, Stab, Schamane, I guess. So, wir sollten mal hier das Angriffs-Upgrade. So, du kannst jetzt übernehmen. Was ist es diesmal? Wir müssen gucken. Die Mine wird wahrscheinlich hier unten sein. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Shit. Ausbau abgeschlossen. Übernehmen. Was wir wollen. Das war dumm. Okay, rennt nach unten. Vorsicht. Unsere Streifen. Niemand erteilt mir Befehle. Feiger Verretter. Endlich. Keine Weichner mehr. Das ist schon besser. Ah, endlich. Stärke. Stärke. Komm, Arthas. Foliant der Stärke. Und hier hatten wir die nächste Echse. Ihr geht erstmal zurück. Ah, wir verfehlen ja. Ja, komm. Können wir dir noch einen Drache? Eisatem. Ich würde gerne hier eine Org-Basis aufbauen. So, äh, ich weiß nicht, ob wir hier angegriffen werden bis dato. Wir lassen das erstmal so. Wir hauen hier eingeschütztes Turm, wollte ich gerade sagen, rein. Ich meine, äh, warum keine Orgs benutzen, ne? Sprecht, dumm Gott. Der Akkolyt wird ja nicht, glaube ich, benötigt, oder? Euer Wille geschehe. Ja, eigentlich nicht. Niemand erteilt mir Befehle. Ich beuge mich eurem Willen. Ach so, der hat sich gerade automatisch schon geopfert. Vorsicht. Ausbau abgeschlossen. Was ist es diesmal? Haben wir ja nicht eine Einheit beschworen? Naja. Wir verlangen weiteres Holz. Daran arbeiten wir. Die verdammten Sprechereis offenbart werden. Dahin. Ich höre. Oh mein Gott, wie... Vorjonger geschlossen. Für das Königerein der Spinnen. Jetzt piekst es vielleicht ein bisschen. Mach den weg! Niemand erteilt mir Befehle. Die Schatten locken. Äh. Wir verlangen weiteres Holz. Wir arbeiten an Holz. Was spachteln? Oh mein Gott, die Spinne ist hier. Sprecht, Dummkopf. Ihr habt geläutet. Beine hoch. Okay, wir sind doch etwas langsam unterwegs. Okay, hier oben ist die nächste Org-Basis. Trefft eure Wahl. Ja, Meister. Gut. Was getan wird, wir brauchen mehr Holz. Ich warte. Was ist es diesmal? Forschung abgeschlossen. Vorsicht. Die rastlosen Toten warten. Nein. Vorsicht. Was ist des Schattens Begehr? Was ist es diesmal? Die Toten sollen dienen. Niemand erteilt mir Befehle. Ach Gott. Sprecht, Dummkopf. Wir sollten aber vielleicht hier warten, ob nicht gleich von hier ein Angriff kommt. Wenn wir hier unsere Org-Base hochzimmern. Sprecht, Dummkopf. Wir kommen hier relativ gut voran mit dem Holz. Dann bitte einmal hier den Creep ausbreiten, damit wir hier oben gleich mehr Holz sammeln können. Ich höre. Vorsicht. Wir sollten hier eigentlich auch nochmal mehr rein... Wir verlangen weiteres Holz. Was ist es diesmal? Wir werden jetzt den nächsten Angriff abwehren. Trefft eure Wahl. Ich wünsche nur zu dienen. So, Level ab. Bewegungsgeschwindigkeit. Stark erhöhte Regeneration. Danke. Ihr habt ihr rufen? Put und Verfall. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist nicht schlecht. Trefft eure Wahl. Seht durch die Beschwörung ist angeschlossen. Ich schau mal rein. Sklaventreiber, okay. Ich werde eure Augen sein. Koblener. Was muss offenbart werden? Mal sehen. Okay, ja. Ich gehe ungesehen. Forschung angeschlossen. Das sind echt coole Charaktermodelle, muss ich sagen. Ich schaue mal rein. Hier geht es denn höher. Na gut, weißt du was? Dann können wir... Was muss offenbart werden? Shit, ein Drache kommt. Der Drache ist aber immun dagegen. Endlich. Hey, wo läuft denn unser Totenbüschwörer hin? Feindling. Ah, endlich. Das ist gleich fertig. Wunderbar. Oh mein Gott, nein. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Was ist denn jetzt? Dir, Heini, bei. Das sind die Türkisen, das sind die hier. Oder hellblauen. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Frostgram hat Hunger. Eins, zwei. Was ist es diesmal? Ja, Orks. Um die werden wir uns jetzt erstmal kümmern. Was ist hier? Okay, hier sind noch ein paar Trolle. Ich werde eure Augen sein. Ich werde eure Augen sein. Was? Geh mal hier lang. Ich gehe zur Arbeit. Wir wissen, was es hier wäre. Was muss offenbar werden? Ach, hier ist nur ein Ork-Lager wieder. Okay. Alles soll offenbart werden. Mal sehen. Ich schaue mal rein. Ja, hohe Kosten. Damit habe ich gerechnet, wenn wir jetzt hier Orks ausbauen. Was wir wollen. Obergang. Sehr ne? Niemand erteilt mir Befehle. Ihr habt geläutet. Sprecht, Dummkopf. Bereit zur Arbeit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sie sind durch meine Augen. Niemand erteilt mir Befehle. Auf die Kaserne. Schon weit auf die Kaserne. Mehr rote Drachen. Ist okay, kommen wir klar. Lieber mal eben schnell die Katapulte wegmachen. Ah, hier, das muss er denn machen. Den Frostwürm retten, danke. Äh, wie wäre es, wenn wir hier unten mal kurz helfen? So, was können wir machen? Wir haben Orks, Trolle, Ogre. Keine so normalen Einheiten für normale Ork-Verhältnisse. Du gehst ja auch mal kurz Holz sammeln. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt werdet ihr... Naja, auf die Kasernen erstmal. Ganz wichtig, die Kasernen wegmachen. Unsere Läubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ist egal. Endlose Peiner. Ist nicht egal, die kommt da durch. Unsere Frostkräfte wird angegriffen. Ah, endlich. Recht, jetzt genau, denn wenn wir hier unseren Großangriff machen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Sprecht, Dummkopf. Für den Lichtkönig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Eiger Fall ist schon sterbenslangweil. Vorsicht. Frostgram hat Hunger. Das ist schlecht. Aber gut, wir haben noch zwei kleine Gruppen an... Na komm. Wie heißt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Beschwerung ist an Creep. Creep wollte ich gerade sagen, äh an Trashmaps. Auch falsch einig. Keine Ahnung. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Schnell den. Fokus auf die Blöde, kann ich lernen und du kommst da weg und... Was das durchgehend. Mehrere Türme, die jetzt hier fertig sind. Passt aber. Endlos im Heim erwartet euch. Muss was getan werden? Drachenhorst? Das Gebäude kenne ich ja... Gar nicht. Da kriegen wir wahrscheinlich die roten Drachen her. Komm, mach das weg, dass deine Nervne ganz herumfliegt. Wollt ihr mich verarschen? Ihr baut das ja andauernd wieder auf. Endlich. Wir müssten aber was wegen dem... ...Base-Eingang hier machen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, meistens. Auflauf an Türmen würde sich auf jeden Fall zurückhalten. Oh! Das war gut, dass wir das noch gemacht haben, schnell. Jetzt werdet ihr leiden. Okay. Der Drachenhorst. Ja, ist einfach nur ein Rottrache. Die Beschwerdung ist abgeschlossen. Okay, ja. Auch ein Gebäude, was man sonst nicht sieht. Davon nehmen wir zwei. Axtwerfer nehmen wir zwei. Ogamagier nehmen wir zwei. Wir brauchen mehr Gold. Da hört Trefferpunkte und von Grunds an um 100 und da hört ihr einen Angriffsschein um 3. Das ist heftig. Wo soll mein Blut aussehen? Ihr habt kein Holz mehr. Besser was, dann helft ihr um. Der zweite Einheit ist komplett vernichtet. So, dann machen wir hier auch nochmal die Gebäude weg. Brauchen wir die Goldmine? Brauchen wir noch nicht. Ja, dann holen wir uns auch nochmal die letzten Einheiten, die hier rumschwören. Und ihr gehtst mal nach dort. Wir gehen in die Mitte und holen uns den Heiler. So, Upgrades werden gemacht. Und aber zwei Grunzer. Zeit zum Kloppen. Genau diese blöden Sprüche. Wunderbar, die Untoten können das hier abliefern. Sprecht, Dummkopf. Machen wir mal den Käfig kaputt. Ah, endlich. Was ist das diesmal? Na, kommt Kaltu da ran. Das ist schon besser. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz hier runter. Passt alle Türme konnten wir abwenden. Du sollst hier oben aufpassen. Was könnt ihr? Kampf rausch, hört ihr? Oh mein Gott, das ist gar nicht mal so schlecht. Verschlingen. Zauber-Immun. Einfach nur Axtwerfer. Ewig lange braucht das Ausbilden der Truppen und die Verbesserung. Wir brauchen mehr Gold. Ausbau abgeschlossen. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Der Gold-Immun ist abgeschlossen. Wir haben da oben aber noch einer. Mein Leben für Nersul. Ich gehorche mit Freuden. Besser da, es müsste das passen. Ja, Meister. Und die Orks kriegen ja Geld, wenn sie Sachen kaputt machen. Das kann ich. Was ist das diesmal? Was klotzen so? Vorsicht. Eigentlich? Wir sind zu spät. Das wollte ich gerade abbrechen. Das brauchen wir gar nicht mehr. Äh. Der Stiger hat unsere Verteidigung gestürmt. Endlich euer Befehl schmeckt. Dummkopf. Ja. Mein Leben für die Streitkräfte werden angegriffen. Ja gut, der Drache ist down. Das ist klar. Das ist schon besser. So, jetzt geht er nach da. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, und tot machen die Wälder echt schnell weg. Vorsicht. Als ob die Org-Einheiten genervt sind, damit das ein bisschen, damit die nicht so stark sind, die verdächtigen Stimmenbereit. Brauchen wir hier irgendwas mal eigentlich? Oh, Ring der Schütze. Weinot fällt. Endlose Peile erwartet euch. Spricht Dummkopf. Und dann warten wir mal hier eben. Räuber und randalierende Goblins. Ne. Dann wollen wir uns erstmal die Upgrades. Das wäre alles? Das ist alles. Nur auf Verteidigungstürme sonst. Ja, davon nehmen wir einen mit. Hexenmeister. Die Hexenmeister? Kenn ich die? Sind das die? Keine Ahnung. Achso, ja. Nimm einen anderen, der hier die Goldmühne verhext. Die Ghule gehen ja echt schnell durchs Holz durch, ey. Wir warten den nächsten Angriff auf. Das sind also die Hexenmeister. Das sind doch andere Charaktere, als da normal hingehören. Oh. Wir können keine Festung bauen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das doch so schnell passiert. Wir haben noch etwas Gold. Daran arbeiten unsere Orks, aber gut. Ah, Versorgungslimit. Gut, dann. Ich renne an den Turm. Der Drache ist wichtiger, dass er teurere Einheit. Okay, das ist auch eine Dämm. Held-Einheiten. Das ist schon besser. Im Namen der Schlichthilfe. Unser Helm wurde gesetzt. Das ist schlecht. Eine Füße aufgefahren. Wir ziehen uns lieber mal zurück. Das klingt logisch. Das ist schlecht. Ne, ne. Wo soll mein Blut vergossen werden? Das ist ganz schlecht. Das ist nicht, was nicht in Ordnung. Das ist verdammt schlecht. Wir haben aber so viel Holz. Wir brauchen mehr Gold. Dass ihr jetzt einfach mal hier die Armeen auffüllen könnt. Wir brauchen Arthas wieder. Wobei jetzt, wenn sie Truppen losgeschickt haben, warum jetzt nicht angreifen? Ach. Braucht ihr was? Ja. Die Beschwörung ist abgeschafft. Oh mein Gott. Ich habe nachgedacht. Unverzüglich. Und vor unsere Streitkräfte hergegriffen. Mir ist schon sterbenslang. Ihr habt gerufen. Meine Gaben gehören euch. Okay, schön weiter angreifen. Die Kaserne muss weg. Und von hier unten kommt jetzt gleich eine richtig schöne Org-Horde rein. Ja, für die Horde. Genau. So, schnell helft bei den Turm mit. Jetzt arbeitet ihr hier als Team Horde und Geisel. Und wir können uns das Upgrade. Vielleicht gar nicht mehr dumm. Okay, wunderbar. Gebt mit dem mal. Das ist eine wirklich coole Einheit. Das ist eine wirklich coole Org-Einheit. mit Zauberstab und Schild. Ach Gott. So, jetzt haben wir die Hauptbase dann sozusagen. Nicht jetzt. Habt ihr? Dann haben wir jetzt der Nord, die Hauptbase. Die ist relativ gut aufgestellt. Ich werde eure Augen sein. Patrouillier mal bis nach dort. Was muss überhaupt werden? Patrouillier mal bis nach dort. Ich habe nachgedacht. Ja. Verstanden. Oh, wir haben was verloren. Wie kann ich helfen? Gehören euch. Ihr geht nach hier unten. Ist etwas nicht in Ordnung? Ihr nach hier. Wir können uns nach dem Drachen. Der kostet acht. Dann wird bei neun. Ihr habt gerufen. Bitte, was ist denn einer eurer Drachen? Nur sieben. Okay. Und dabei friert das aber noch Sachen ein. Meine Gaben gehören aus dem Schlau-Org-Kriegshäuptling. Wir werden dann gleich schön offensiv. Oh, der ist rot. Das ist sogar ein roter Org. Also, was war das nochmal? Braun ist normal. Grün ist mit Fell. Was heißt denn nochmal, wenn sie rot waren? Auch irgendwas Dämonhaftes zufällig weiß, oder? Von unten sieht es einfacher aus. Reinzüge. Ich weiß es nicht, was einfacher wäre. Ich würde auf jeden Fall Arthas wiederholen. Was hat da was? Nein. Und ihr... Heilt ihr eigentlich auf Creep? Aber wenn ja, dann kommt ihr auch einfach da rauf. Haben wir gar keine Häuser? Kaserne? Nee. Einfach, weil wir es können. So, heilt ihr schneller, wenn ihr hier seid. Absolut nicht. Also geht wieder zurück. Okay, wir könnten doch ein Würm, Frostwürm uns besorgen. Haben wir noch irgendwas für zwei bei den Orks? Oh ja, ein Hexenmeister. Räuber kostet nämlich schon wieder drei. Ich würde sagen, wir gehen von hier unten aber ran. Deswegen stellen wir die schon mal da hin. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wir sind gerade nicht so gut aufgestellt, leider. Den Angriff haben wir abgewehrt. Ihr könnt da vorne schon mal heilen. Was haben wir denn noch? Nicht mehr viel. Niemand erteilt mir Befehle. Wie kann ich helfen? Wir brauchen mehr Gold. Das muss reichen. Ja gut, komm. Dann würde ich mit. Weitere Echse brauchen wir aber nicht. Ich brauche viel zu lange für die Mission. Ich... Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Das weiß ich, das ist zu lang... Bereit zum Ausritt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich weiß... Ach Gott, schon wieder der Akolyt. Nein. Euer Befehl. Also ich weiß, dass ich es zu lange brauche, aber ich will es halt entspannt angehen. Mein Leben für die Horde. Ich kriege so richtig Bock auf WoW, wenn ich das jetzt gerade spiele. Mann, ich soll wieder anfangen. Achso. Das ist ein Peon. Sprecht, Dummkopf. Wie kann ich helfen? Leitet mich. So, das müsste aber eigentlich reichen. Und dann sollten wir an das Portal rankommen. Ich wusste gar nicht, was hier im alteren Gebirge ein Portal ist. Wo ist denn das? Oder gibt es das in WoW nicht mehr? Ja, Kriegshäuptling. So, den nehmen wir noch mit. Vorsicht. Die sind halt strong. 48 bis 81. Wir können doch selber gucken, oder? Sind das die gleichen Werte? 48 bis 81. 6 und 2. Wait. 48 bis 72. Okay, unsere sind aber stronger wegen 3, 3, 2 Upgrades. Okay. Können wir uns einfach nochmal... Wie kann ich helfen? Gut. Ein weiser Plan. Niemand erteilt mir Befehle. Dann greifen wir hier zu zweit gleich an. Und werden das ja easy rocken. Ja. Wie war das nochmal? Äh, gar keine Upgrades. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Die Toten sollen dienen. So, jetzt kannst du wieder Tote beschwören, wenn du welche findest. Wir warten nochmal auf die Orks. Aber die Frostwürme sehen so cool aus. Das ist auch ein richtig geiles Mount. Wobei ich sagen muss, die Rotdrachen hier gefallen mir auch. Oh mein Gott, ich hab... Oh mein Gott, ich hab... Okay. Sieht nicht so gut aus, I guess. Aber wir konnten Tote beschwören. Rot und Verfall könnten wir den nach da oben machen. Tote, die Helden der Orks. Ich will mal ganz kurz ins Questlog gucken. Ich glaub nur die eine nehmen. Quest, okay. Ich hab's hier gar nicht vertraut. Ach, da ist man falllicher Drache. Wir haben gar keine, äh... Oh mein Gott. Okay, wir müssen einen Drachen opfern, um Arthas zu retten. Okay, wir können euch in eine Gruppe fassen, dann wird es einfacher. Der Turm ist weg. Noch ein Turm. Gut, sammelt euch hier. Und greift alles an, was existiert. Also auf den. Ich lasse euch jetzt erstmal weitermachen. Äh, wobei die Kriegsmaschine sollte vielleicht kaputt gemacht werden. Der Turm hier auch. Der auch. Auf Arthas. Oh, das hätten wir vielleicht... Warten wir nicht. Im Auge behalten, weil das hier ein Würm, also ein Drachenhort ist. Das ist schlecht, dass da ein Drachenhort ist. Das ist wichtig, dass der jetzt zuerst wegkommt. Okay, jetzt... Als nächstes das. Gebäude. Knapp. Also sollten wir schossen. So, kann doch irgendwas Gefährliches ausgebildet werden. Nee, Axtwerfer höchstens. Ein paar Schamaden. Wir sollten uns jetzt fokussieren darauf, den Gold Supply runterzuhauen. Ich weiß nicht, wie die KI arbeitet. Okay, wir kriegen Damage, wenn wir dort angreifen. Wegen Stacheln. Und Arthas ist schon wieder gestorben. Unser Held wurde getötet. Das war dumm. Ich hab's aber auch gesagt, weswegen der gerade am sterben ist. Naja. Machen wir die Kaserne weg. Ach, gehen wir jetzt aber da drauf. Die Turm haben ja eh keine Chance, also... Oder noch eine Ladung. Bam. So, müssen wir noch was machen, oder reicht's, wenn wir jetzt zum Portal gehen? Das klingt logisch. Jetzt müssen wir's nicht angucken, oder müssen wir jetzt hier wirklich die Base vernichten? Okay, vernichten wir den Spitzpunkt. Vielleicht liegt es daran, dass hier hinten auch eine Kaserne und eine Werkstatt ist, dass die... diese Gebäude nicht zählen. Ach, Arthas, hör auf, dir wehzutun. Das hat doch gereicht. Die Wilden wurden niedergemetzelt. Das Dämonentor gehört euch, Lich. Erhört mich, Archimond. Euer untertänigster Diener bittet euch um eine Audienz. Ihr habt mich gerufen, kleinerlich. Und hier bin ich. Ihr seid Keltusat, richtig? Ja, Großmächtiger. Ich bin euer Beschwörer. Nun gut. Ihr müsst ein spezielles Buch finden. Das einzige verbleibende Zauberbuch von Medivh, dem letzten Wächter. Nur seine verlorenen Beschwörungen sind mächtig genug, mich in eure Welt zu bringen. Wo sollen wir danach suchen, Großmächtiger? Reist nach Dalaran. Dort in der Stadt der Sterblichen wird das Buch verwahrt. Heute in drei Tagen bei Dämmerung beginnt ihr die Beschwörung.